Hallo und herzlich Willkommen. Heute haben wir ein sehr, sehr spezielles Thema, weil wir speziell über die steuerlichen Herausforderungen als Content Creator, als Streamer usw. reden werden. Das ist so das Kernthema. Das bedeutet natürlich, dass ganz, ganz viele Leute, die so sonst den Kanal abonniert haben, für die das nicht relevant ist. Aber ich habe mich gerade in den letzten Wochen sehr viel mit der ganzen Thematik beschäftigt, weil es tatsächlich auch ein spannendes Gerichtsurteil gab vor, ich glaube, am 28. Februar vom Europäischen Gerichtshof, das heißt vor gut drei Wochen. Das hat man so in der breiten Masse noch gar nicht mitbekommen. Verändert aber, ich würde mal sagen, nicht nur für eine bestimmte Plattform das alles, sondern, also wie was steuerlich gehandhabt wird, sondern gibt, glaube ich, auch so eine gewisse Richtung vor, wie in Zukunft Twitch, Tippie Stream, Patreon usw. abgerechnet werden. Und deswegen gucken wir uns das heute einfach mal zusammen an. Und zwar erst mal mit dem Geschäftsmodell. Ich möchte euch natürlich jetzt nicht über euer Geschäftsmodell aufklären. Das wisst ihr im Zweifel besser als ich, was ihr eigentlich so macht. Mir geht es hier vor allen Dingen darum, dass wir mal darüber reden, wie sieht das Finanzamt eigentlich euer Geschäftsmodell. Das heißt, genau, wir blicken aus der Perspektive des Finanzamtes mal auf den Beruf des Content Creators und was das für Konsequenzen hat. Dann möchte ich auf das aktuelle Beispiel eingehen. Und das habe ich jetzt nicht nur für Clickbait, ich habe es nicht mal für Clickbait benutzt, also ich habe es nicht mal in dem Titel reingeschrieben, wer verurteilt wurde. Aber die Plattform, und da geht es um Steuerberechnung, die Plattform Onlyfans wurde verurteilt vom Europäischen Gerichtshof. Und zwar, wie gesagt, vor drei Wochen. Das betrifft jetzt nicht nur Onlyfans Content Creator, sondern das Urteil zeigt so ein bisschen die Richtung, wie solche Plattformen in Zukunft zu besteuern sind. Das heißt, das Urteil betrifft jetzt nur Onlyfans, aber es gibt halt so die Richtung vor, wie der Gesetzgeber oder die Gerichte das gerne so sehen wollen. Das heißt, wir gucken uns einmal das Urteil, also die Grundproblematik an, die da verhandelt worden ist. Und dann schauen wir uns eine ganze Reihe an unterschiedlichen Plattformen und Payment Anbietern an, die man so als Content Creator im Einsatz hat. Da mag es natürlich auch noch welche geben, die ich nicht automatisch drin habe. Also wir gucken uns Twitch an, YouTube an, Patreon an, Paypal an. Dann möchte ich auf das ganze Thema Sacheinnahmen, Geschenke eingehen, also Donations, aber auch wenn ihr physische Güter zur Verfügung gestellt bekommen habt oder Dienstleistungen von Unternehmen. Dann möchte ich ein paar Worte über die Kleinunternehmerregelung verlieren. Das soll jetzt kein riesengroßes Thema sein, aber auch als Content Creator sollte man das unter Umständen nochmal unter anderem Gesichtspunkt betrachten, als ein Webdesigner beispielsweise oder ein SAP-Berater. Und eine kurze Ausführung noch zum Plattformensteuertransparenzgesetz. Das ist ein neues Gesetz, das gilt seit dem 01.01.2023. Ehrlicherweise ändert das nicht so ganz wahnsinnig viel, aber ihr werdet es vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten links und rechts mal hören. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, dazu einmal heute schon was zu sagen und euch zu erzählen, was ihr da worauf ihr achten müsst. Grundsätzlich, und das ist auch eine ganz häufige Diskussion, die haben wir auch ganz häufig in unseren Kommentarbereichen. Wenn ihr in Deutschland selbstständig seid, habt ihr eigentlich so zwei Möglichkeiten, euch selbstständig zu machen. Erstens, gewerbetreibend. Zweitens, Freiberuflichkeit. Ich kann euch eigentlich ziemlich sicher, straight so sagen, wenn ihr Content Creator seid, seid ihr wahrscheinlich zu 98, 99%iger Sicherheit gewerbetreibend. Und das ergibt tatsächlich auch viel mehr Sinn, euch als Gewerbetreibender einzustufen. Da kommt in Kürze ein YouTube-Video auf diesem Kanal, wo ich darauf eingehe, warum es unter Umständen nicht vorteilhaft ist, freiberuflicher zu sein, gerade in so einem digitalen Geschäftsmodell wie als Content Creator. Es lohnt sich generell, unseren Kanal zu abonnieren, selbstverständlich. Aber gerade auch dafür, da auf dem Aufwand zu bleiben und das Video zu sehen, da lohnt sich das auf jeden Fall. Grundsätzlich steht die Definition von Selbstständigkeit oder Gewerbetreibenden in § 15 Absatz 2 Ankomstellergesetz. Ich will euch jetzt nicht zu viel Gesetze hier um die Ohren hauen, aber ich glaube, der ist wichtig. Da ist nämlich geschrieben, eine selbstständige, nachhaltige Betätigung, die mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, unternommen wird und sich als Beteiligung im allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, ist Gewerbebetrieb. Das ist die Definition. Da sind zwei Dinge wichtig für euch, weil ich höre das auch immer wieder, naja, nee, ich muss das noch nicht versteuern, ich verdiene ja nur 5.000 Euro, ich verdiene ja nur 10.000 Euro, ich mache aber Verluste, muss ich ja keine Steuern bezahlen, ich muss noch keine Steuererklärung abgeben. Zwei Dinge sind wichtig. Nachhaltig, das heißt, etwas mit Wiederholungsabsicht. Das habt ihr in der Regel immer, wenn ihr aktiv einen Kanal bespielt, vollkommen egal, welchen Kanal ihr bespielt, dann ist es eine nachhaltige Tätigkeit, mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Da steht nicht, ihr erzielt Gewinn, sondern mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Das heißt, wenn ihr etwas macht, mit der Absicht, Gewinn zu erzielen, dann seid ihr grundsätzlich gewerbetreibend. In der Regel heißt das, zum Beispiel bei YouTube, wenn du das Partnerprogramm aktivierst, machst du das ja mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Selbst wenn du am Anfang noch keine Gewinne machst, weil du höhere Ausgaben hast, ist doch davon auszugehen, dass du diese Aktivierung machst und deine Tätigkeit machst, mit der Absicht, da auch Gewinne mit zu erzielen. Und das bedeutet für dich eigentlich in der Regel schon, du bist gewerbetreibend, bedeutet dann halt, du musst ein Gewerbe anmelden und dich beim Finanzamt einmal anmelden. Das sind immer zwei Schritte, die du machen musst. Haben wir ohne Ende Video, nein, ohne Ende nicht, aber einige Videos mit Schritt-für-Schritt-Erklärungen und so weiter auf dem Kanal. Aber das ist wichtig. Solltet ihr machen, seid ihr auch. Es gibt auch eine andere Art der Selbstständigkeit, das ist die Freiberuflichkeit. Die könnt ihr fast ausschließen. Und zwar ist die Freiberuflichkeit nur in absoluten Ausnahmefällen. Freiberuflichkeit sind die sogenannten Katalogberufe. Das könnte bei Content-Creatoren sein, wenn ihr sehr künstlerisch aktiv seid. Also wenn ihr wirklich Kunst macht. Das bedeutet aber auch Kurzfilme und quasi auch für diese Filme bezahlt werden. Selbst wenn ihr Kurzfilme auf YouTube produziert, dann aber bezahlt werdet durch Product Placements und Partnerprogrammen von YouTube. Partnerprogramm ist ja auch Werbeeinnahmen. Am Ende werdet ihr halt an den Werbeeinnahmen, die YouTube einnimmt, beteiligt. Dann sind das keine künstlerischen Tätigkeiten mehr. Dann ist das Geschäftsmodell wie eine Littfasssäule. Ihr habt halt Reichweite und dafür bezahlen Unternehmen. Die bezahlen euch nicht für eure Kunst, die bezahlen euch für eure Reichweite. Das heißt, nur weil ihr in dem Video vielleicht künstlerisch unterwegs seid, ist euer Geschäftsmodell aber keine Kunst. Und deswegen seid ihr auch keine Künstler oder die allermeisten Kurzfilm-Künstler oder was auch immer man Künstlerisches machen kann. Ihr seid dadurch denn keine Künstler, sondern ihr habt halt trotzdem Gewerbebetrieb. Andere Möglichkeit ist journalistische Tätigkeit. Also wenn ihr beispielsweise, das könnte ich mir vorstellen, ich kenne jetzt die Verträge von Funk tatsächlich nicht, aber wenn ihr beispielsweise von jemand anderen bezahlt werdet für eure journalistische Arbeit, für eure, es gibt witzigerweise steht im Gesetz auch das Wort, Bildberichterstatter, dann kann das auch sein, dass es als Freiberuflichkeit eingestuft wird. Aber auch da ist wichtig, wenn ihr Gewerbeeinnahmen habt, dann ist euer Geschäftsmodell nicht, dass ihr Journalist seid, sondern dann seid ihr werbetreibend. Also dann habt ihr halt die Reichweite. Also das ist in den allermeisten Fällen bei Content Creators, Streamern und so weiter, dass sie halt für ihre Reichweite bezahlt werden und dieses Geschäftsmodell ist dann halt Gewerbebetrieb. Alexander schreibt, wenn man auf Onlyfans mit Models arbeitet, ist das dann auch ein Kleingewerbe. Inwiefern, wenn man Onlyfans mit Models arbeitet, also berätst du die oder bist du selbst Model oder also bist du Creator auf Onlyfans oder oder berätst du die oder bist du umsatzbeteiligt, machst für die Marketing. Grundsätzlich ist das, klingt das doch sehr nach Selbstständigkeit, ohne zu wissen, was du machst, aber vielleicht schreibst du es nochmal dazu. Helfe dem beim Aufbau und so weiter, Fanmanagement und Gewinnbeteiligung. Das klingt 100 Prozent, das ist eine, genau, das ist eine Gewerbetätigkeit, das ist eine selbstständige Tätigkeit, wenn du da quasi die Vermarktung und Strategie für Content Creator auf Onlyfans, eigentlich ist die Plattform vollkommen wurscht, das ist aber definitiv eine selbstständige Tätigkeit, ja. Also eine gewerbliche Tätigkeit. Freedom schreibt, habe mit Verlust aus Gewerbe mein Arbeitnehmereinkommen gedrückt und Steuern gespart. Freedom, hervorragend, das ist auch ein wichtiger Punkt, da gehe ich direkt mal drauf ein, das ist nämlich das Attraktive. Eine Selbstständigkeit und eine Steuerpflicht, vor allen Dingen eine Steuerpflicht, ist überhaupt gar nichts Negatives, weil Steuerpflicht bedeutet gleichzeitig auch, dass ihr alle eure Kosten absetzen könnt. Das heißt, wenn ihr beispielsweise einen Angestelltenjob habt, 50.000 Euro im Jahr, Bruttogehalt verdient und ihr habt eine Selbstständigkeit und in den ersten Jahren macht ihr 10.000 Verlust. In eurem Job, in euren Gehaltsabrechnungen wird eure Lohnsteuer ja so berechnet, als wenn ihr 50.000 Euro, also gut 4.000 Euro Brutto verdient. Das heißt, ihr zahlt ja quasi auf 50.000 Euro eure Steuern. Wenn ihr jetzt noch parallel eine Selbstständigkeit habt und ihr macht da 10.000 Euro Verlust und steuerpflichtig seid, dann macht ihr eine Steuererklärung und da steht einmal 50.000 Euro aus Angestellten-Tätigkeit und einmal minus 10.000 Euro aus selbstständiger Tätigkeit sind 40.000 Euro. Ihr habt ja aber die ganze Zeit Steuern gezahlt, als wenn ihr 50.000 Euro verdienen würdet und dann bedeutet das jedes Jahr eine Steuerstattung. Deswegen ist das so attraktiv, wenn man steuerpflichtig ist, weil man halt auch Verluste Geld machen kann und alle Anschaffungen, Laptop, Software und so weiter von der Steuer absetzen kann, was ihr nicht könnt, wenn ihr das Ganze nicht anmeldet. Deswegen ist es tatsächlich inhaltlich auch durchaus sinnvoll, sich als Selbstständiger zu melden und deswegen ist das Thema Steuerpflicht, auch wenn das erstmal wie ein ekelhaftes Wort klingt, überhaupt nichts Negatives. Kevin schreibt, man darf das eher nicht zu oft hintereinander machen oder Stichwort Liebhaberei. Genau, Liebhaberei ist das Problem, wenn man quasi drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre hintereinander nur Verluste macht, um quasi Steuern zu sparen, weil man sagt, naja, wenn ich da Steuern sparen kann, dann mache ich halt bis in alle Ewigkeiten immer nur Verluste, dann kann das sein, dass das Finanzamt irgendwann hingeht und sagt, ey Kollege, das ist ja gar keine Selbstständigkeit, das ist ja nur ein Hobby und wenn das Finanzamt Hobby sagen will, dann sagen sie Liebhaberei. Das heißt, das Finanzamt kommt irgendwann hin und sagt so, da ist ja gar keine Gewinnerzielungsabsicht, weil wir erinnern uns, wenn wir einmal zurückgehen, nachhaltige Beteiligung aber mit Absicht Gewinn zu erzielen und wenn ihr drei Jahre am Stück oder vier Jahre am Stück nur Verluste macht und das Finanzamt auch nicht sieht, dass sich da irgendwas entwickelt, sagen die, naja, das ist ja gar keine Selbstständigkeit und sprechen euch eure Selbstständigkeit quasi ab und dann müsst ihr tatsächlich die ganzen Steuersparnisse der letzten Jahre alle zurückbezahlen, deswegen sollte man das nicht zusätzlich strapazieren. Drei Jahre ist in der Regel gar kein Problem, also drei Jahre könnt ihr mit eurer Selbstständigkeit auch Verluste machen. Es kann sein, dass das Finanzamt irgendwann mal nachfragt, sagt, ey, das ist ja noch aber ganz schön viele Verluste, wann willst du denn eigentlich mal Gewinn machen? Und dann kann man das aber auch argumentativ machen. Wir haben zum Thema Liebhaberei auf dem Kanal, also könnt ihr gerne mal suchen nach Liebhaberei, haben wir auch ein Video veröffentlicht, da antwortet man das auf dem Schreiben, erklärt denen grob, was man unternimmt, um zu wachsen und dass bald die Einnahmen kommen und so weiter und dann ist das auch kein Problem. Aber ja, diese Diskussion mit dem Finanzamt kann zumindest passieren. Soweit eigentlich zum Geschäftsmodell. Das ist so das, wie das Finanzamt euer Geschäftsmodell einschätzt. Es gibt eine Kernproblematik bei Content Creators und zwar, es sind halt einfach wahnsinnig viele Plattformen, Bezahlanbieter und so weiter ein Einsatz. Es ist nicht so, weil ich würde mal sagen, ein klassisches Unternehmen, eine klassische Selbstständigkeit hat einen Kunden, dann macht man etwas und dann schreibt man eine Rechnung und kriegt die Rechnung bezahlt. Das ist bei so einem Content Creator nicht der Fall. Man ist vielleicht auf Twitch aktiv, man ist auf Instagram aktiv, man hat Unternehmen und man kriegt dann, man schreibt ja nicht YouTube oder Twitch eine Rechnung. Oder auch wenn ihr Produkte gestellt bekommt, keine Ahnung, wenn ich von irgendwem einen Gaming-Stuhl zur Verfügung gestellt bekommen habe, schreibe ich dafür keine Rechnung. Und das ist so, es ist, du hast wahnsinnig viele unterschiedliche Plattformen, Bezahlanbieter und so weiter und man hat ganz selten so dieses klassische, du bist Kunde, ich tue etwas und schicke dir danach die Rechnung. Diese Geschäftsbeziehung hat man nicht und dadurch ist, ich würde mal sagen, die Beziehung kompliziert. Zumindest, wenn man es aus klassischen, buchhalterischen Gesichtspunkten betrachtet. Was ist das große Problem bei Content Creators? Die Vertragsbeziehungen. Ich habe schon gesagt, diese ganz klassische Vertragsbeziehung, ich mache etwas, schicke dafür eine Rechnung, kriege ich die dann bezahlt. Das ist bei weitem nicht so einfach bei so einem Content Creator, der auf so Online-Plattformen halt aktiv ist. Es ist sehr, sehr unübersichtlich. Und selbst viele Tools wissen auch nicht, was sie eigentlich sind. Und das sieht man tatsächlich an dem Beispiel. OnlyFans wusste lange nicht, was sie sind und wurde jetzt vom Europäischen Gerichtshof quasi zurechtgewiesen, was sie denn eigentlich sind. Also das Selbstbild, das heißt, bedeutet auch, dass die Plattformen nicht im Zweifel dir weiterhelfen können, weil die Plattformen haben keine Ahnung vom deutschen Steuerrecht. OnlyFans, also das Unternehmen dahinter, sitzt halt in Großbritannien. YouTube sitzt, den Europasitz in Irland, aber eigentlich sitzt das Unternehmen halt in den USA. Twitch sitzt direkt in den USA, in San Francisco. Und die haben alle keine Ahnung vom deutschen Steuerrecht. Das heißt, das, was ihr in Deutschland als Content Creator eventuell machen müsst und welche Auflagen ihr habt, das interessiert die einfach gar nicht. Das heißt, die können euch da auch nicht wirklich helfen. Manchmal gibt es so einen Hilfe-Bereich, so ein FAQ oder so. Ich würde mal sagen, äußerst dürftig gepflegt ist ganz häufig. Und ein anderer wichtiger Punkt sind Sacheinnahmen. Die spielen fast immer eine Rolle und solltet ihr zumindest sehr im Blick haben. Das heißt auch, also wenn ihr Geschäftspartner habt, von denen ihr Dinge bezieht, solltet ihr unbedingt das Thema einmal zur Sprache bringen. Die Leute, die, also beispielsweise, jemand schickt dich auf eine Reise, du erstellst einen Vlog dafür und kriegst Hotelübernachtung, Flüge und so weiter dafür bezahlt, dann ist tatsächlich diese Reise eine Sacheinnahme, die auch steuerpflichtig ist, weil ihr bekommt seinen Wert. Du bekommst zwar kein Geld, aber du bekommst seinen Wert und das ist auch steuerpflichtig. Grundsätzlich können Auftraggeber bei Sacheinnahmen die Versteuerung übernehmen, aber das muss zumindest klar geregelt sein und du solltest bei solchen Aufträgen, wo du Leistungen oder Gegenstände bekommst, unbedingt diese Punkte besprechen und abfragen, ob da irgendwie Steuern bezahlt worden werden sind. Schauen wir uns das aktuelle Beispiel an. Das aktuelle Beispiel ist Onlyfans. Onlyfans hat ewig lang folgendermaßen abgerechnet und zwar, wenn ich Onlyfans Creator bin, dann habe ich Kunden und zwar die Leute, die halt meine Bilder kaufen, abonnieren, was auch immer. Das heißt, du hast zwei Leute in Deutschland meistens, also zumindest für die deutschen Content Creator, die haben eine deutsche Zielgruppe, die haben irgendeine Art Geschäftsbeziehung und zu Deutsch ist eine umsatzsteuerpflichtige Geschäftsbeziehung und dann muss da Umsatzsteuer abgeführt werden. Das ist das, was Onlyfans immer dachte. Onlyfans nimmt sich aber einen gewissen Prozentsatz von dem, was die Content Creator verdienen auf der Plattform. Wie jede Plattform. Das macht Twitch und YouTube und so weiter auch so. Aber diese Geschäftsbeziehung, also diese, also als Content Creator habe ich damit quasi zwei Geschäftsbeziehungen. Mit dem Endkunden und mit Onlyfans. Endkunden sind meistens, also deutscher Content Creator sitzt mein Endkunde meistens in Deutschland und die Plattform sitzt halt jetzt in dem Fall Großbritannien. Das heißt, es ist nicht mal EU, sondern es ist Drittland. Das ist das, was Onlyfans immer kommuniziert hat. Was sie auch wussten und dachten und so weiter. Ist es ungünstig für einen Content Creator? Kommen wir gleich dazu. Der Europäische Gerichtshof hat jetzt aber gesagt, nein, falsch. So sieht die Geschäftsbeziehung nämlich nicht aus. Die Geschäftsbeziehung sieht folgendermaßen aus. Die Content Creator, die verkaufen ihren Content quasi oder geben Onlyfans die Rechte an ihrem Content. Und Onlyfans monetarisiert das dann, indem sie diesen Content, also Bilder, ich weiß nicht, Videos und so weiter, an die Endkunden verkaufen. Warum ist das eigentlich so ein großer Unterschied? Weil wir hier in beiden Fällen eine internationale Geschäftsbeziehung haben. Sowohl die Content Creator, die bekommen jetzt ihr Geld plötzlich nicht von dem Endkunden aus Deutschland, sondern von einem Unternehmen außerhalb der EU sogar. Das heißt, du hast eine internationale Geschäftsbeziehung. Und das führt dazu, dass ich auf meine Einnahmen als Onlyfans Content Creator keine 19% Umsatzsteuer zahlen muss. Weil es war so, dass ich, wenn ich beispielsweise 100 Euro bekommen habe, dann ist das ja ein Bruttobetrag. Dann hat sich erst mal Onlyfans 20% genommen, also 20 Euro. Aber die 100 Euro musste ich trotzdem Umsatzsteuer abfüllen. Und das sind halt bei 19%, ich weiß nicht, so groß hin und her rechnen, weil man schlägt es drauf und so. Aber es sind dann halt nochmal grob 15 Euro an Umsatzsteuer. Und das hieß, da wurde ja ordentlich nur Umsatzsteuer abgezogen von den Content Creators. Das war aber falsch. Europäischer Gerichtshof sagt, nee, so ist diese Geschäftsbeziehung nicht. Du bekommst, dein Geschäftsmodell ist es, 80% von den Umsätzen, die Onlyfans macht, du bekommst zu Ostens gezahlt. Und zwar ohne Umsatzsteuer, weil es keine deutsche, deutsche Geschäftsbeziehung ist, weil es eine B2B, also eine Selbstständige in Deutschland oder Selbstständiger in Deutschland hat mit einem anderen Unternehmen außerhalb des EU-Auslands eine Geschäftsbeziehung. Das heißt, Umsatzsteuer fließt da gar nicht. Und jetzt haben die Content Creators einen riesengroßen Vorteil, weil wenn die in den letzten Monaten, Jahren schön immer Umsatzsteuer gezahlt haben, dann haben sie jetzt quasi durch das Urteil die Erlaubnis, sich diese ganze Umsatzsteuer wiederzuholen, weil sie eben keine Geschäftsbeziehung hatten mit deutschen Endkonsumenten, sondern mit einem Unternehmen außerhalb der EU und darauf müssen sie keine Umsatzsteuer zahlen. Und das Geile ist, sie müssen tatsächlich auch nicht mal Kleinunternehmerregelungen, sie haben trotzdem auf der Ausgabenseite einen Vorsteuerabzug. Jetzt sagt ihr vielleicht, interessiert mich nicht, ich bin ja kein Onlyfans-Content Creator, aber das gleiche Dreieck habt ihr ja überall. Das habt ihr bei Twitch, das habt ihr bei YouTube, das habt ihr bei Patreon, das habt ihr bei TippyStream, das habt ihr ständig überall als Content Creator. Warum nehme ich Onlyfans als Beispiel? Ja, weil das Urteil halt wirklich erst drei Wochen alt ist. Also das wissen auch ganz viele noch nicht. Ich glaube, wenn ihr einen Steuerberater habt, ihr einen Steuerberater fragt, dann, also das ist neu, neu, neu. Ich glaube, das ist auch so eine gerechte Gesetzesurteilsbegründung und all so ein Zeug. Das kommt jetzt erst mit der Zeit und das ist wirklich so brandneu. Wie hole ich die Umsatzsteuer denn zurück? Idealerweise hast du als Content Creator auf Onlyfans beispielsweise, hast du hoffentlich idealerweise Umsatzsteuerjahreserklärung gemacht oder Umsatzsteuerformmeldung gemacht und so weiter. Und die können, sollten jetzt alle korrigiert werden. Ich würde an deiner Stelle, würde ich mal schauen, wie viel Umsatzsteuer wurde da überhaupt generell erklärt. Also wenn du weißt, geht es um 10.000, 20.000, 50.000, das ist jetzt auch nichts, was du zwingend morgen Abend erledigt haben musst. Das heißt aber, wenn du weißt, es geht um 20.000 Euro oder 50.000 Euro, dann lohnt es sich vielleicht auch einmal mit einem Steuerberater zu sprechen, so eine Argumentation zu finden, was das Finanzamt nachfragt und so weiter. Aber grundsätzlich muss quasi die Abrechnung korrigiert werden und dann die Umsatzsteuerformmeldung korrigiert werden und dann überweist du das Finanzamt das Geld. Schauen wir uns die unterschiedlichen Plattformen mal an. Das wirkt vielleicht ein bisschen schwierig. Es klingt jetzt ein bisschen doof, wenn ich euch YouTube erkläre und so weiter, aber das Prüfschema ist wichtig und deswegen wiederhole ich auch die Erklärung, damit ihr so ein bisschen checkt, was sind eigentlich die wichtigen Punkte so aus steuerlicher, abrechnungstechnischer Grund, was sind eigentlich so die wichtigen Punkte. YouTube, Geschäftsmodell. YouTube schaltet oder Google schaltet auf YouTube Werbung, ganz wichtig, nicht ihr schaltet Werbung, das wisst ihr aber eigentlich. Das heißt, YouTube lässt Werbung laufen und beteiligt die Content Creator, also zum Beispiel mich. Allerdings bekommst du das Geld direkt von YouTube überwiesen, das sagt erstmal noch nichts, aber du bekommst von YouTube quasi eine Beteiligung an den Werbeeinnahmen, die YouTube macht. Das heißt, du hast natürlich mit deinen Zuschauern keine Geschäftsbeziehung. Auch wenn ihr jetzt beispielsweise den Chat nutzt und keine Ahnung, wie das funktioniert, Superchat und auch Kanalmitgliedschaften und all solche Sachen, ihr habt keine Geschäftsbeziehungen mit den Leuten aus eurer Followerschaft, aus euren Abonnenten. Ihr habt da keine direkte Geschäftsbeziehung, sondern ihr habt ausschließlich, wenn ihr auf YouTube aktiv seid, eine Geschäftsbeziehung mit YouTube. Und das macht das Ganze wahnsinnig einfach, weil ihr müsst dann natürlich auch keine Rechnung beschreiben, sonst müsstet ihr rein theoretisch für jede Kanalmitgliedschaft, für jeden Superchat-Donation und so weiter, müsstet ihr ja sonst eine einzelne Rechnung ausstellen. Das ist irre. Das heißt, bei YouTube habt ihr den ganzen Krempel nicht. Ihr habt einfach eine Geschäftsbeziehung mit YouTube. Ihr kriegt eine monatliche Auszahlung. Gut ist die Geschichte. Was ihr mal prüfen müsst, ist, wo sitzt das Unternehmen? Also, weil auch vorhin kam ja die Frage, was ist, wenn OnlyFans jetzt einen Sitz in Deutschland hätte? Ist ja bei YouTube genauso. Wenn YouTube einen Sitz in Deutschland hätte, dann würde da ja Umsatzsteuer eine Rolle spielen. Ist nicht der Fall. YouTube ist ein Unternehmen, ganz klar. Immer auch ein Unternehmen. Es ist ein B2B-Umsatz. Das heißt, ihr als Content Creator macht Geschäfte und Umsätze mit einem anderen Unternehmen. Der Europasitz ist in Irland. Das heißt, ihr habt einen innereuropäischen Dienstleistungsumsatz quasi. Das bedeutet, ihr bekommt eine Ausschüttung und keine Umsatzsteuer drauf. Das Problem ist, ihr habt keine richtige Gutschrift. Ihr habt ja keine Rechnung dafür. Das fehlt ja eigentlich. Und ich würde euch dringend empfehlen, absolut dringend, ihr bekommt ja, keine Ahnung, einmal im Monat 2000 Euro. AdSense-Beteiligung, Kanalmitgliedschaft, Superchat, Werbeeinbeteiligung, alles. 2000 Euro. Aber ihr habt ja keine ordnungsgemäße Rechnung. Wenn das Finanzamt jetzt hingeht, diese Umsätze sieht, kommt das Finanzamt ja vielleicht auf die Idee, naja, da wurde ja gar keine Umsatzsteuer gezahlt. Wie weist ihr denn jetzt nach, dass darauf keine Umsatzsteuer gezahlt werden müssten? Könnt ihr schwierig. Ihr habt ja keine richtige Rechnung. Ihr kriegt ja nicht mal eine richtige Gutschrift von YouTube. Und wenn ihr da YouTube mal eine E-Mail schreibt und sagt, ich hätte da gerne mal eine Rechnung, sorry, aber vergesst es. Ihr kriegt ja nie eine Antwort. Und da gibt es das magische Wort und die Lösung ist eine sogenannte Proformarechnung. Proformarechnung ist eigentlich eine Rechnung, die ihr nur für euch schreibt. Das heißt, ich würde euch dringend empfehlen, lasst euch monatlich auszahlen, schreibt eine Rechnung an Google, an YouTube, also quasi Empfänger, YouTube und so weiter. Schreibt rein, hier Beteiligung, AdSense, Partnerprogramm und so weiter. Nehmt den Betrag, den ihr überwiesen bekommen habt. Wichtig ist allerdings, das muss eine Reverse-Charge-Rechnung sein. Das heißt, Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Wir haben zum Thema Reverse-Charge-Verfahren auf diesem Kanal auch schon ein paar Videos veröffentlicht. Schaut da mal rein. So muss eure Rechnung sein. Wichtig ist, ihr schreibt diese Rechnung nur für eure Buchhaltung. Die verschickt ihr nicht, weil YouTube will die nicht sehen, Google will die nicht haben, keiner will die haben. Ihr braucht das aber, dass wenn das Finanzamt irgendwann mal nachfragt, sagt, ey, was ist denn das für 2, 3, 4, 5, 20, 100.000 Euro, die da auf eurem Konto sind? Wo sind die Steuern dafür? Dem könnt ihr aus dem Weg gehen, indem ihr halt einfach für jede Auszahlung so eine so eine Proformarechnung erstellt. Und dann habt ihr eine Rechnung für euch in eure Buchhaltung und könnt sagen, ey, guck mal, das ist YouTube. Partnerprogramm, keine Ahnung, 3.000 Euro, Reverse-Charge-Umsatz und so weiter. Man findet das auch im Hilfebereich von YouTube. Man findet die Geschäftsadresse, die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und so weiter findet man. Deswegen würde ich euch dringend empfehlen, schreibt eine Proformarechnung für eure Buchhaltung. Ihr müsst die nie verschicken. Und bezahlt ist sie ja schon. Ich würde das immer erst machen, wenn ihr auch tatsächlich die Auszahlung bekommen habt. Dann habt ihr aber, werdet ihr niemals Probleme mit dem Finanzamt bekommen, weil ihr eine Rechnung habt und diese Auszahlung habt. Kevin fragt noch, wie trage ich das in meine Umsatzsteuer-Voranmeldung ein? In der Umsatzsteuer-Voranmeldung gibt es ein Feld, also jetzt geht es um, wie trage ich Umsätze aus YouTube in die Umsatzsteuer-Voranmeldung ein? Da gibt es ein Feld, das heißt, ich weiß es nicht 100% korrekt, wie es heißt. Richtig ist das Feld, nicht steuerbare im Ausland steuerbare Umsätze oder irgendwie sowas. Also wichtig ist, es ist in Deutschland nicht steuerbarer Umsatz. Und dieses Feld gibt es in der Umsatzsteuer-Voranmeldung. Merkt ihr nicht steuerbarer Umsatz im Inland oder steuerbar in einem Land, also in einem übrigen EU-Land? Das sind zwei Möglichkeiten. Entweder steht in Deutschland nicht steuerbare Leistung oder aber eine im übrigen Gemeinschaftsgebiet steuerbar steuerpflichtige Leistung. Beides wäre richtig, weil diese Leistung ist steuerpflichtig, aber halt in Irland. Also YouTube kümmert sich in Irland dann um die Umsatzsteuer. Damit habt ihr aber nichts zu tun. Twitch schauen wir uns auch an. Twitch ist genauso wie YouTube eigentlich. Twitch hat einen großen Unterschied zu YouTube, und zwar, dass Twitch nicht in der EU sitzt. Das heißt, Twitch, Livestream-Plattform, erzähle ich euch nichts Neues. Die gehört zu Amazon, erzähle ich euch auch nichts Neues. Es gibt verschiedene Modelle, wie Amazon mit dieser Plattform Geld verdient. Auch das wisst ihr. Ihr könnt irgendwie subscriben, auch mit Amazon Prime, Tier 1, 2, 3, Sub und so weiter. Ihr könnt aber auch direkt über die Plattform Donations abgeben und so weiter. Das habt ihr alles die Möglichkeiten. Aus steuerlicher Sicht ist es wichtig, dass sich auch da, ähnlich wie bei YouTube, Twitch quasi dazwischen setzt, zwischen die Geschäftsbeziehungen von den Zuschauern und den Content Creators. Das heißt, auch da habt ihr buchhalterisch überhaupt keine Probleme. Also euer Geschäftsmodell ist, ihr räumt Twitch bzw. Amazon bzw. YouTube oder Udemy Nutzungsrechte an eurem Content ein. Die monetarisieren das denn und beteiligen euch. Das heißt, ihr habt Lizenzeinnahmen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deception, oder ich spreche dich falsch aus, ich weiß. Ich hoffe, dass die Finanzämter gehen jetzt nicht pleite bei den ganzen Umsatzsteuerrückforderungen. Ehrlicherweise kommt es halt ein bisschen darauf an, es ist ja jetzt erstmal Onlyfans betroffen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel Geld du bei Onlyfans gelassen hast. Ob davon 20% ausreichen. Genau. Twitch habe ich gesagt, die setzen sich halt als Vertragspartner dazwischen. Auch Punkte, die ich geprüft. Geschäftspartner ist immer Twitch. Vergütung auch für Lizenzen. Wie gesagt, euer Geschäftsmodell ist dann die Übertragung von Lizenzen. Übrigens, nice to know, ist auch tatsächlich, wenn ihr Kindle-Bücher verkauft, dann macht ihr auch Lizenzgeschäfte. Ihr verkauft mit Kindle oder auch diesen Amazon Publishing, Kindle Direct Publishing. Also auch wenn ihr Printbücher verkauft über Amazon, dann verkauft ihr die Lizenzen an Amazon, die Lizenzen an euren Büchern an Amazon und kriegt Lizenzeinnahmen. Amazon verkauft denn die Bücher. Das ist ein Riesenunterschied, weil dadurch verkauft ihr keine physischen Güter, also keine Bücher, sondern die Lizenzrechte für die Texte an Amazon und Amazon produziert daraus Bücher. Das ist typisch für diese ganz großen Plattformen, wie für Twitch auch. Das heißt, ihr habt einen B2B-Umsatz, sitzt jetzt in San Francisco. Ganz, ganz wichtig und das ist sehr verwirrend, wenn ihr das mal checkt und selber eine Donation abgebt und dafür mal eine Rechnung bekommt, dann bekommt ihr in der Regel eine EU-Rechnung. Also keine mit einem Drittland, sondern eine EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird da angegeben. Das heißt, Twitch hat auch eine Registrierung innerhalb der EU, die nutzen sie aber nicht für die Auszahlungen, die nutzen sie tatsächlich nur für die Endkunden. Das heißt, ihr als Zuschauer, wenn ihr irgendjemand subscribt, dann kriegt ihr unter Umständen eine Rechnung. Ehrlicherweise, komischerweise nicht immer, aber auf dieser Rechnung, das ist tatsächlich eine EU-Rechnung. Das kann dir vollkommen egal sein als Zuschauer, weil du kannst es in der Regel sowieso nicht von der Steuer irgendwie geltend machen, aber das verwirrt manchmal, weil man ja dann unter Umständen denkt, das wäre irgendwie ein EU-Umsatz und so weiter. Als Content-Creator ist es nicht. Twitch tritt den Content-Creatoren gegenüber quasi als US-Unternehmen auf. Auch hier die gleiche Folge wie bei YouTube. Ihr solltet idealerweise eine Pro-Forma-Rechnung für eure eigene Buchhaltung erstellen. Das ist der Punkt. Das heißt, bei Twitch auch haben wir diese Geschäftsbeziehung. Patreon kann ich ein bisschen schneller machen. Patreon ist nämlich vom Prinzip genau das Gleiche. Patreon, auch B2B-witzig ist das. Wenn ihr speziell für Patreon Inhalte produziert, haben tatsächlich eure Unterstützer über Patreon eine Geschäftsbeziehung mit Patreon und ihr habt auch wiederum eine Geschäftsbeziehung mit Patreon. Das heißt, ihr habt einen B2B-Umsatz mit einem Unternehmen aus San Francisco. Exakt das gleiche Ding eigentlich. Richtig ätzend nervig wird PayPal. PayPal ist ja eigentlich nur ein Payment-Anbieter. PayPal ist keine eigene Plattform. Das heißt, es ist ein reiner Payment-Anbieter und dadurch wird das Ganze unfassbar schwierig. Also wirklich unfassbar schwierig. Und zwar hole ich ein bisschen aus. Dadurch, dass es nur ein Zahlungsabwickler ist, führt das dazu, dass sich PayPal mit der Geschäftsbeziehung nicht zwischen die Zuschauer oder die Leute, die dir etwas zukommen lassen und dich stellt. Das heißt, du hast eine direkte Geschäftsbeziehung mit jedem Zuschauer. Das heißt, als Content Creator hast du dann, oder auch als Streamer, der irgendeinen PayPal-Spendenlink hat, hast du mit jedem einzelnen Spender eine individuelle Geschäftsbeziehung. Das bedeutet, du musst für deine Buchhaltung, und das musst du tatsächlich unter Umständen auch, für jeden deiner Spende eine individuelle Abrechnung ausstellen. Das ist leider absolut unmöglich in der Praxis. Also wir betreuen auch als Mandanten einige Content Creator. Ist halt schwierig, wenn du bei so einem Stream 300 Donations bekommst über PayPal. Dann musst du halt anschließend 300 Rechnungen schreiben. Das rechnet sich ja niemals. Und das ist in der Praxis halt unfassbar schwierig, weil es reicht ja nicht nur, wenn du die Beträge weißt. Du musst ja auch wissen, wer dein Geschäftspartner ist. Das heißt, du musst Adresse, Name abfragen, das Land abfragen, weil du musst ja unterschiedliche Rechnungen ausstellen, ob der Zuschauer oder die Person, die jetzt gerade gespendet hat, aus Deutschland spendet oder von keiner Ahnung wo spendet. Das ist ehrlicherweise eine riesige Katastrophe. Also es ist wirklich absolute Katastrophe. Ich würde mal ganz stumpf sagen, das geht in der Praxis nicht. Unmöglich. Also natürlich gibt es eine Theorie, wie man das theoretisch richtig macht. In der Praxis kann ich euch sagen, das ist praktisch unmöglich, 100 Prozent richtig zu machen. Und das Finanzamt interessiert das auch nicht weiter. Also ihr habt hier gesetzliche Verpflichtungen, macht es. Die interessiert es überhaupt nicht, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Die sagen im Zweifel, dann macht das halt nicht, wenn das nicht geht. Oder macht es halt und lebt damit. Das ist tatsächlich das der Stand. Und damit haben wir natürlich ein riesengroßes Problem. Eure Geschäftsbeziehungen sehen bei PayPal ziemlich genau so aus. Natürlich zahlt ihr an PayPal Geld und zwar diese, keine Ahnung, paar Prozent pro Transaktion. Aber das ist halt nicht wie bei OnlyFans oder bei YouTube oder Patreon oder Twitch oder was auch immer. Sondern ihr habt jede hunderte, tausende, zehntausende individuelle Geschäftsbeziehungen. Und das Ganze macht das natürlich nahezu unmöglich. Was machen wir denn jetzt, wenn wir dieses Problem haben? Also wenn ich, also wirklich rein praktisch sage ich, es ist unmöglich, das vernünftig zu machen. Wichtig ist, ihr, also zwei Punkte. Erstens, ihr müsst den kompletten Betrag bei euch erfassen in der eigenen Buchhaltung. Das heißt, ihr, wenn ihr tausende Euro donated bekommt, dann kriegt ihr nicht tausende Euro ausgezahlt, sondern 950 oder 900 oder 700. Je nachdem auch so ein bisschen wie hoch die einzelne Stückelung quasi ist. Ihr müsst erst mal alles einbuchen. Und ich würde euch persönlich empfehlen. Und da muss ich wirklich explizit dazu sagen, das ist rechtlich nicht 100% richtig. Das ist aber der Weg, wie ihr kein Ärger mit dem Finanzamt bekommt und sich generell auch keiner jemals beschweren wird. Das heißt, das ist zwar nicht richtig, das ist aber der Weg, wie ihr keine Probleme bekommen werdet. Deswegen würde ich euch empfehlen, dass ihr gewisse Hypothesen aufstellt. Und zwar die für euch steuerlich unattraktivsten Hypothesen. Und zwar geht ihr hin und sagt, ich gehe davon aus, dass jeder meiner Spender quasi als Endkunde auftritt. Das heißt, alle haben das fürs Privatvergnügen gemacht. Das ist meistens ehrlicherweise bei Content Creator und bei Streamern und so schon der Fall, dass das meistens auch Privatvergnügen ist. Und ihr geht davon aus, dass alle aus Deutschland gespendet haben. Das muss nicht sein. Ihr werdet natürlich auch zweifelt Zuschauer aus Schweiz, Österreich, Luxemburg, Italien und weiß der Geier von wo haben. Wenn ihr aber davon ausgeht, dass alle eure Leute quasi das aus einer privaten Motivation zum privaten Vergnügen geschaut und alle in Deutschland sind, dann bedeutet das, ihr müsst auf jede einzelne Transaktion 19 Prozent Umsatzsteuer abführen. Das heißt, aus 100 Euro rechnet ihr dann die 19 Prozent Umsatzsteuer raus und müsst das dann ans Finanzamt abführen im Rahmen einer Umsatzsteuervoranmeldung. On top, warum geht ihr davon aus, dass es privates ist? Erstens, ihr müsst halt keine Rechnung schreiben. Das heißt, im Gesetz steht, du musst Rechnungen ausstellen, wenn ein Unternehmen bei dir Kunde ist. Das heißt, wenn ein Endkunde bei dir kauft, musst du keine Rechnung ausstellen. Das ist der erste Punkt. Dann befreist du dich quasi aus der Verpflichtung, Rechnungen ausstellen zu müssen. Und ehrlicherweise sind 19 Prozent Umsatzsteuer der unattraktivste Fall. Weil wenn jemand aus Österreich beispielsweise zuschauen würde, musst du unter Umständen keine deutsche Umsatzsteuer abführen. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, naja, ich nehme aber den gesamten Umsatz, den ich von PayPal bekommen habe und führe auf diesen gesamten Umsatz 19 Prozent Umsatzsteuer ab, weil ich davon ausgehe, erstens B2C, zweitens innerdeutsche Umsatz, dann wird sich das Finanzamt niemals beschweren, weil ihr ja tendenziell eher zu viel Steuern gezahlt habt. Also da wird es dir keine Konsequenzen geben. Prüfen können sie das ehrlicherweise sowieso auch nicht. Und ihr müsst halt keine 100.000, 10.000 einzelne Rechnungen stellen. Ihr könnt natürlich jetzt in eurem Donation-Prozess einfach einen Prozess einbauen, wo ihr nach Name, Adresse und so weiter fragt. Aber ich gehe davon aus, dass dann die Donations gegen Null gehen. Und das ist so rein praktisch. Das ist auch das, was wir bei unseren Mandanten machen, empfehlen. Das ist, ich würde mal sagen, das Buchhalterherz blutet bei sowas, weil es einfach nicht korrekt ist. Aber es ist pragmatisch. Das lässt sich relativ simpel machen. Das heißt, auch da würde ich sagen, zahlt euch das einmal im Monat schön aus, was ihr per PayPal ansammelt, zahlt das aus. Wichtig ist, ihr bucht den gesamten Betrag, rechnet da die Umsatzsteuer raus, führt die ab. Und die PayPal-Gebühr, die ist ja auch immer einzeln, die bucht ihr separat als Kosten. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall zwei Transaktionen. Einmal über den gesamten Spendenbetrag, rechnet dann die Umsatzsteuer raus und dann nehmt ihr einfach die PayPal-Gebühren und bucht die quasi als Kosten des Geldverkehrs oder sonstige Ausgaben und so weiter. Und so seid ihr vom Finanzamt richtig. Das ist nicht 100% richtig und sauber. Anders lässt sich dieses Problem mit reinen Payment-Anbietern tatsächlich aber nicht lösen. Weil sonst müsst ihr wirklich jede einzelne Person, die da donatet, fragen nach ihrer Adresse und ob sie eine Rechnung braucht und so weiter. Am Ende kann man sich auch merken, es gibt zwei Szenarien. Entweder stellt sich die Plattform tatsächlich dazwischen als Leistungserbringer und absurderweise macht Patreon das zum Beispiel auch. Andere Methode ist, es ist ein reiner Payment-Provider und dann hast du erstmal ein großes Problem. Und meine Annahme ist, dass du das genau so machst. Weil so reduzierst du einfach das Risiko, dass das Finanzamt irgendwann kommt und du eine riesengroße Nachzahlung hast. Und da auch rechtliche große, also ja, eine fette Steuernachzahlung im Zweifel ansteht. Das ist halt dann super frustrierend, weil du verlierst halt nochmal 19% Umsatzsteuer und musst die abführen. Wenn du es nicht machst, läufst du halt Gefahr, dass das Finanzamt irgendwann in 6, 7, 8 Jahren kommt und sich das bei dir anguckt und du dann das zahlen musst. Und dann ist das meistens eine existenzbedrohliche Steuernachzahlung. Und deswegen empfehle ich dir, mach das lieber so und versuch im Zweifel auch lieber, also zahl lieber 20, 30% an YouTube oder Twitch und so weiter und hab da eine saubere Geschäftsbeziehung, als Leute direkt über PayPal spenden zu lassen. Wie gesagt, das merken, es gibt entweder eine Plattform und die Plattform und auch nach dem Europäischen Gerichtshof, nach dem Urteil, ist ziemlich eindeutig, das ist immer so, dass quasi die sich dazwischen setzt. Die muss sich auch dazwischen setzen, weil alle Plattformen, aka Onlyfans, die das anders gehandelt haben, die haben jetzt auf den Sack bekommen vom EuGH. Und es gibt die reinen Payment-Anbieter. Das heißt, ihr müsst genau unterscheiden, was ist es eigentlich. Mori, fass das eigentlich ganz zusammen. Lieber Patreon und nicht PayPal. Genau. Grundsätzlich kann man sagen, auch lieber bei Donations und so weiter, ja, man gibt bei den großen Plattformen halt mehr ab. Also ich meine, natürlich, wenn jemand direkt über, subscribt über Twitch, dann wird da natürlich mehr Geld von Twitch einbehalten, als PayPal für den Transaktionen einbehält. Was ich hier steuerlich aber dringend dazu sagen möchte, ihr bekommt dafür auch mehr Leistung, weil ihr halt nicht dieses riesen Buchhaltungschaos habt. Kam vorhin auch die Frage, Sacheinnahmen, Geschenke sind keine Geschenke. Wenn ihr kostenlos Produkte zur Verfügung gestellt bekommt, sind das Einnahmen, die ihr versteuern müsst? Und zwar steht im § 8 Absatz 1 Einkommenssteuergesetz, ist die Definition von Einnahmen. Einnahmen sind quasi Umsätze. Das heißt, im Einkommenssteuergesetz definierte Definition von, was ist eigentlich ein Umsatz? Und da steht, Einnahmen sind alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im Rahmen der Einkommensdaten blablabla zufließen. Also im Rahmen deiner Selbstständigkeit, alle Einnahmen, die in alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen. Das heißt, Geld ist relativ klar, das ist Kohle, Euro, Dollar und so weiter. Und Geldeswert ist alles, was halt nicht Euro, Dollar ist, aber einen Wert hat. Zuneigung, persönliche Zuneigung hat keinen Geldeswert. Das heißt, wenn ihr jemandem etwas Gutes tut, wenn ich jetzt hier eure Frage aus dem Chat beantwortet und ihr mich anschließend mögt oder scheiß findet, ist mir egal, aber es ist auf jeden Fall ein Feedback, dann ist das kein Geldeswert und dann muss ich das auch nicht versteuern. Wenn ich euch aber eine Steuerfrage beantworte und ihr mir kein Geld gebt, sondern mir dafür einen Kaffee ausgebt, dann ist das ein Geldeswert. Und dann muss ich diesen Kaffee als Betriebseinnahme versteuern. Ganz, 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 ganz wichtig. Also wirklich ganz wichtig, weil das gerade bei Content Creator dann halt gang und gäbe ist. Und da stand auch gerade, was ist, wenn mir Unternehmen Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung stellen und ich sie dafür mal in die Kamera halte. Ja, das sind genau Einnahmen, die in Geldeswert bestehen. A.k.a. Kaffee ausgeben für eine Frage beantworten. Das ist tatsächlich eine steuerpflichtige Einnahme. Und die Finanzämter wissen selbstverständlich, dass sowas gang und gäbe ist bei Content Creator. Deswegen würde ich die immer angeben, ganz, ganz sauber dokumentieren mit dem aktuellen Wert. Ihr bekommt meistens oder solltet zumindest abfragen, dass ihr da so einen Lieferschein bekommt oder Auszug aus Katalog oder wo auch immer. Also eine Dokumentation zu, wie teuer ist das. Wichtig ist, ihr müsst also diese Sacheinnahmen, die erhöhen sowohl euren Umsatz, wie gesagt, es ist ein Umsatz und ihr müsst darauf Einkommenssteuer und Gewerbesteuer zahlen, aber es ist auch umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, die Sacheinnahmen, die gehören auch in die Umsatzsteuererklärung. Das gilt für alles. Gaming-Stühle, Kaffee, irgendwelche Spiele, die ihr bekommt, Essen, Küchenutensilien, Messe-Eintritte, Reisen. All so ein Krempel, den müsst ihr komplett versteuern. Leider wahr. Wissen viele nicht, das Finanzamt weiß ist und ich kann euch einen dringenden Appell geben, dadurch ins Leben zu gehen und zu sagen, das Finanzamt merkt das eh nicht, ist eine ganz, 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 ganz böse Idee, weil euer Geschäftsmodell halt öffentlich ist. Ey, verdient gerne schwarz irgendwie Geld, wenn ihr Handwerker seid und illegal irgendwem den Rasen mäht oder das Carport-Dach deckt und so weiter. Solltet ihr nicht machen, fällt im Zweifel nicht auf. Wenn euer Geschäftsmodell die Öffentlichkeit ist und Dingen öffentlich etwas zu zeigen, dann würde ich dringend davon abraten, das nicht anzugeben. Weil, ob man es glaubt oder nicht, Finanzbeamte und Steuerfahnder haben Internet und haben auch die Möglichkeit, euch auf YouTube, Twitch oder Instagram zu abonnieren und einfach mal sauber mitzuscreenshotten, was ihr da so in die Kamera haltet. Also wer sagt denn, also jetzt gerade sind hier 35 Leute live, wer sagt mir denn, dass da nicht ein Steuerfahnder ist, der sich jetzt fleißig mitgeschrieben hat, was ich da gerade erzählt habe. Deswegen ganz, ganz, ganz dringend, dass Sacheinnahmen sauber dokumentieren. Wirklich absolut sauber. Da gibt es auch kein zwingend vorgeschriebenes Format. Ich würde da empfehlen, dass ihr wirklich eine Excel-Tabelle anlegt. Was genau, wie und so weiter. Das heißt, hier habe ich draufgeschrieben. Gilt für alle Leistungen. Urlaubsreisen, Messebesuchen, Software und so weiter. Natürlich könnt ihr, wenn ihr Dinge verbraucht im Stream. Also wenn ich beispielsweise irgendetwas bekomme. Ich bin ein Foodstreamer und ich möchte HelloFresh vorstellen und habe mit denen eine Werbekooperation und bekomme eine Kochbox. Und ich verkoche das während die Kamera läuft und ich dokumentiere das und esse das vor der Kamera auf, um mein Gesicht dabei zu filmen. Dann ist das ja quasi für meinen Job verbraucht worden. Und wenn mir dann HelloFresh keine Ahnung, diese Box geschickt hat plus 3000 Euro, dann sind ja 3000 Euro selbstverständlich Betriebseinnahmen. Ich muss aber diese Kochbox nicht versteuern, weil ich habe sie ja zwingend verbraucht für meinen Stream. Wenn ich aber die Kochbox im Stream plus 3000 Euro plus ein Jahresabo bekomme, dann ist dieses Jahresabo eine Betriebseinnahme, die ich auch versteuern muss, weil die werde ich dann halt nicht mehr vor der Kamera oder für die Bilder verbrauchen. Das gleiche gilt, das klingt jetzt ein bisschen so sehr übertrieben, aber das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich beispielsweise etwas verlose anschließend. Also wenn ich jetzt keine Ahnung, hier den neuesten Laptop einmal vorstellend als Technik-Review und am Ende das Video sagt, ey, habe ich zur Verfügung gestellt, jetzt könnt ihr den gewinnen und zwar kommentiert einmal und dann kann ich dokumentieren, dass ich den verschicke, dann kann ich das trotzdem 100% als Betriebsausgabe absetzen. Das heißt, es erhöht schon meinen Umsatz, es ist aber gleich in gleicher Höhe quasi auf der Betriebsausgabenseite kann ich es auch erfassen und das führt dann dazu, dass es nicht mehr Steuern ist. Wichtig, also am Ende bleibt quasi bei euch versteuert hängen nur das Privatvergnügen. Das heißt, alles, wo ihr privat auch ein Vergnügen habt. Das ist auch, wenn ich als, keine Ahnung, als Fußball-Content-Creator nach, zu WM nach Katar eingeladen wurde und da jetzt ein Stadion-Vlog gedreht habe, aber noch fünf Tage länger war, dann muss ich das im Zweifel aufteilen. Wenn ich einen Tag gevloggt habe und die anderen Tage da privat noch war, dann muss ich das halt aufteilen. Wenn ich fünf Tage da war, ein Tag war quasi für die Arbeit und vier Tage war ein privates Vergnügen, dann kann ich halt 20 Prozent als Geschäftsausgabe absetzen, muss aber die fünf, die komplette Reise einmal als Betriebseinnahmen buchen und kann als Betriebsausgabe diesen einen Tag buchen und dann kann ich die vier Tage sind dann halt bleiben als Differenz übrig und darauf zahle ich dann am Ende Steuern. Das ist absolut wichtig. Mori hat geschrieben, es gibt da noch Wege, das zu umgeben. Ja, also ich erzähle euch ein Ding. Mir ist wichtig an dieser Stelle, dass ich euch das Ganze mit den Sacheinnahmen erzähle, ist, dass ihr das auf dem Radar habt. Es gibt Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ihr der quasi Geschenke, das heißt, das, was ihr privat nutzen könnt, kann der Auftraggeber pauschal versteuern. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, dass quasi euer Auftraggeber für das, was ihr habt, eine pauschale Steuer zahlt und dann braucht ihr aber so einen Nachweis darüber, dass diese Steuer gezahlt worden ist und dann nehmt ihr diesen Nachweis und wenn das Finanzamt dann irgendwann mal kommt und das sehen will, könnt ihr sagen, hey, Steuern wurden bezahlt, halt vom Auftraggeber und nicht von euch. Das geht. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist natürlich, und das wird zum Beispiel so bei Gaming-Youtubern auch gemacht, die so auf dem Gaming-Stuhl sitzen, der von irgendeiner Firma ist, die gehört euch gar nicht. Das wird euch eigentlich einfach nur zur Verfügung gestellt und dann steht in dem Vertrag halt drin, ihr dürft das quasi nur für die Streams benutzen, bla 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 und so weiter. Das heißt, es gibt schon Vertragsmodalitäten, wie man das auch umgehen kann. Mir ist nur ganz wichtig, ich würde mal sagen, alle professionellen Unternehmen und Managements und Agenturen, die kennen dieses Problem und ja, da gibt es Modelle, wie man das im Zweifel umgehen kann. Wichtig, ganz wichtig ist es aber, dass ihr diese Problematik überhaupt auf dem Schirm habt, weil ganz gefährlich wird es halt, wenn man sich damit nicht beschäftigt, das nicht weist und dann damit auf die Fresse fliegt. Deswegen ist es so ein bisschen meine Mission hier, erstmal euch dafür zu sensibilisieren. Ich kann euch jetzt natürlich nicht, jetzt habe ich zwei Beispiele genannt, wie es potenziell auch anders geregelt werden könnte. Das geht natürlich auch. Master fragt, und wie versteuert man das Ganze und wie gibt man denn so was an? Du hast eine Excel-Tabelle, du hast einen Wert, also ganz simpel, ich mache ein Review für meinen Laptop. Der ist natürlich nach einem Videoaufnahmen, also ich mache ein Review über ein MacBook, der ist danach natürlich nicht kaputt und verbraucht. Das heißt, ich nehme ihn anschließend und möchte auch nicht für meine Arbeit benutzen, sondern ich möchte privat damit irgendwas machen und das muss ich dann sauber dokumentieren. Und dann kostet der vielleicht 1.190 Euro brutto. Ich kriege den zugeschickt, ich mache damit meinen Spaß, mein Video, mein Content und so weiter und dann benutze ich den anschließend privat. Und dann muss ich das auflisten und sagen, naja, ich habe einen Laptop bekommen, Wert 1.000 Euro plus 190 Euro Umsatzsteuer und dann buche ich das tatsächlich in meiner Buchhaltung einfach ein als Betriebseinnahme, 1.000 Euro plus 190 Euro. Meistens kriegt man da so eine Art Lieferschein, Gutschrift und so weiter und die muss ganz normal in deiner Buchhaltung so erfasst werden. Dann ist es halt in deinem Umsatz und deiner Umsatzsteuer-Vormeldungen drin. Sascha schreibt, fragt noch, wenn mich ein Kunde dafür bezahlt, dass ich eine von ihm veranstaltete Reise mitmache, um ein Video darüber zu drehen, muss ich dann die Einnahmen und die Dienstleistung und die Reise als Geldwertenvorteil versteuern? Grundsätzlich ja. Wichtig bei der Reise ist allerdings, wenn du auf der Reise halt Videos produzierst, dann ist das ja auch eine geschäftliche Reise. Deswegen sage ich hier ganz unten, am Ende muss nur das Privatvergnügen versteuert werden. Und deswegen, das war so mein Beispiel, wenn du zu einer Fußball-WM fliegst und du kriegst sowohl für deine Arbeit, für deine Dienstleistung, kriegst du 10.000 Euro und dann kriegst du noch eine 5-Tage-Reise, aber davon hast du nur ein oder zwei Tage Programm und den Rest darfst du privat. Dann musst du diese Reise aufteilen. Aber ja, du musst quasi das Privatvergnügen der Reise, also den privaten Anteil der Reise und die 10.000 Euro, die du für deine Dienstleistung bekommst, das musst du beides versteuern. Den betrieblichen Anteil deiner Reise, den musst du natürlich nicht versteuern, weil den brauchst du ja, um deinen Job zu erledigen. Das ist ja ehrlicherweise auch bei allen anderen Betriebsausgaben so. All das, was du brauchst, zwingend brauchst, um deine Tätigkeit auszuführen, die kannst du natürlich absetzen. Wenn dein Kunde smart ist, und deswegen müssen Kunden das auch wissen, aber das kannst du im Zweifel fragen. Wenn du fünf Tage da bist, dann ist dein Kunde halt vielleicht so smart und setzt am ersten und letzten Tag irgendein Event, wo du da sein musst, an und dann musst du halt alle fünf Tage da bleiben und hast zwischendrin halt ein bisschen den Leerlauf. Ja, aber du musst halt vom Anfang bis zum Ende da sein und dann ist es für dich, für deine Selbstständigkeit halt zwingend notwendig, auch die ganze Zeit da zu sein. Dann hast du halt viel Freizeit zwischen den Terminen, aber es lohnt sich dann ja auch nicht, dann zweimal hinzufliegen. Deswegen ist, man kann das schon auch gestalten und man kann da auch durchaus was tun. Allerdings, genau, ich glaube, du weißt, was ich meine. Man muss das halt wissen und dann kann man das auch so gestalten, dass das steuerlich optimal abläuft. Anderer Punkt ist, was ist mit kostenlosen Probemonaten? Da kriegt ihr ja keinen Wert, in der Regel, den ihr privat braucht. Wenn du jetzt hingehst und sagst, du kriegst ein Jahr Lex Office, also Buchhaltungsprogramm, kostenlos, wenn das jetzt dein Privatleben groß bereichern würde, dann kann man darüber Gedanken machen, ob du das auch versteuern musst. Ich glaube, bei einem Buchhaltungsprogramm ist das nahezu ausgeschlossen. Anders wäre das, wenn du Filmkritiker bist und von Netflix ein Jahresabo bekommst für deine Arbeit und das natürlich für deine Arbeit nutzt ein Jahr lang, aber halt auch privat benutzt. Dann kann man im Zweifel hingehen und sagen, naja, du hast das Geschenk bekommen, ein Jahr for free oder standardmäßig ein Jahr for free und du brauchst halt auch für die Arbeit, dann hast du aber einen privaten, die Hälfte ist halt privat oder 30% ist privat und so. Dann kann man vielleicht darüber diskutieren. Auch dann würde ich sagen, lass uns in den Vertrag wieder reinschreiben, dass ich es ausschließlich betrieblich nutzen darf und dann ist es auch erledigt. Wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, das anders zu regeln. Aber bei ganz klar so Software, die nur für die Selbstständigkeit Sinn ergeben, ist das keine Einnahme. Zwei Punkte, auf die ich eingehen möchte an dieser Stelle, sonst fühle ich mich unvollständig heute. Und zwar einmal die Kleinunternehmerregelung. Ganz kurz abgerissen, wir haben eine ganze Videoreihe zur Kleinunternehmerregelung. Kleinunternehmerregelung sorgt im Zweifel dazu, dass ihr keine Umsatzsteuer zahlen müsst. Das ist quasi eine Vereinfachungsregel. Ich nenne sie gerne Bürokratie-Einfachungsregeln. Das heißt, ihr zahlt keine Umsatzsteuer und müsst keine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgeben. Wichtig, ganz wichtig, bei diesen Grenzen, also das kannst du immer machen, wenn du vorher unter 22.000 Euro Umsatz hattest. Auslandsumsätze zählen nicht zur 22.000 Euro Grenze dazu. Das heißt, wenn ihr 120.000 Euro letztes Jahr verdient habt und zwar 20.000 Euro mit irgendwelchen Unternehmen für Produktplacements und so weiter mit Unternehmen in Deutschland und 100.000 Euro von Twitch bekommen habt oder von YouTube, dann seid ihr in diesem Jahr, könnt ihr noch die Kleinunternehmerregelung wählen, weil diese 100.000 Euro, die habt ihr nicht in Deutschland gemacht, die habt ihr halt in den USA oder in Irland gemacht. Das heißt, Auslandsumsätze zählen in diese Umsatzgrenze nicht dazu. Punkt eins. Punkt zwei. In den allermeisten Fällen ist diese Kleinunternehmergrenze für euch als Content-Creator wahnsinnig unattraktiv und zwar aus folgendem Grund. Diese Umsätze, über alle, die wir da gerade reden, über diese ganzen Plattformen, Onlyfans und Twitch und YouTube und Patreon und so weiter, da zahlt ihr ja sowieso keine Umsatzsteuer drauf. Das heißt, ihr braucht dafür ja gar keine Kleinunternehmerregelung, aber wenn ihr die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmt, könnt ihr auf der Kostenseite keine Umsatzsteuer geltend machen. Das heißt, ihr könnt euch diese Umsatzsteuer auf eurer Kostenseite, könnt ihr euch nicht vom Finanzamt wiederholen. Das ist doof als Kleinunternehmer. Wenn ihr darauf verzichtet, zahlt ihr aber, wenn ihr ganz normal sagt, ich mache ganz normale Umsatzsteuer, dann zahlt ihr ja trotzdem keine Umsatzsteuer, weil diese ganzen internationalen Umsätze sowieso ohne Umsatzsteuer sind. Ihr habt aber trotzdem die Möglichkeit, auf der Kostenseite euch die Umsatzsteuer wiederzuholen. Das heißt, die meisten Content Creator kriegen laufend Geld vom Finanzamt für die Umsatzsteuer wieder und müssen nie zahlen. Wirklich wahr ist bei vielen unserer Mandanten einfach der Fall. Wissen ganz viele Selbstständige nicht. Und das sind zwei hervorragende News, glaube ich. Deswegen ist das finanziell meistens unattraktiv, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Aber wenn ihr so reine Payment-Anbieter nutzt, wie PayPal, wie Stripe, wie Ko-Fi, wie TippiStream und so weiter, dann ist das mit diesen Rechnungsstellungen halt ein riesengroßer Abfuck, auf das man in der Regel keinen Bock hat. Das heißt, man hat einen sehr, sehr hohen Bürokratie- und Rechnungsschreibaufwand und so weiter. Und wenn ihr direkte Donations habt, im signifikanten Umfang, würde ich mal sagen, dann lohnt es sich einfach als Arbeitserleichterung, das zu machen. Weil dann müsst ihr halt auch diese 19% aus den Donations nicht rausrechnen. Als Kleinunternehmer habt ihr ja nichts mit irgendwelchen Schwer zu tun. Das heißt, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen, wenn ihr in erster Linie Geld von den großen Plattformen bekommt, würde ich eher davon abraten, weil ihr habt dann faktisch tatsächlich weniger Geld am Ende auf dem Konto. Aber wenn ihr ganz viel direkte Geschäftsbeziehungen habt, das heißt PayPal und so weiter, würde ich sagen, macht euch darüber Gedanken, weil ihr müsst dann halt auch auf die ganzen Donations, die bei PayPal und so bekommt, keine Umsatzsteuer abführen. Dann kann sich das lohnen. Das sind noch so die Punkte. Man gehört und sieht und so viel natürlich über die Kleinunternehmerregelung, aber das ist, ich würde mal sagen, meine ganz konkrete, persönliche Sicht auf die Dinge der Content-Creator-Besonderheiten. Ole May schreibt, da man aber Reverse-Charge-Rechnungen für Google Irland Limited etc. erstellt, sollte man aber dennoch eine Umsatzsteuer-ID beantragen, auch als Kleinunternehmerregelung. You got it. Ja, du solltest unbedingt eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben. Alle. Jeder Content-Creator sollte eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer haben. Die brauchst du immer, wenn du mit Unternehmen außerhalb von Deutsch, also mit anderen Unternehmen im EU-Ausland Geschäfte macht, was ihr per Definition als Content-Creator macht. Weil YouTube Irland, Facebook Irland, Instagram Irland, TikTok Europasitz, habe ich keine Ahnung. Twitch, nicht EU, aber international. Also, ihr habt hundertprozentig mit EU-Unternehmen Kontakt und dann solltet ihr unbedingt, solltet ihr auch eine Umsatzsteuer-ID haben. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das beantragt, googelt mal oder YouTube mal, such mal bei YouTube, Umsatzsteuer-ID beantragen konntest, dann seht ihr unser Video. So, einen letzten Punkt wollte ich noch ansprechen. Und zwar gibt es ja immer Leute, die sagen, mache ich nicht, interessiert mich nicht. Einfach nur, weil fällt eh nicht auf. Es gibt tatsächlich seit 2023, 1.1.2023 das wunderschöne Gesetz, das heißt Plattformensteuertransparenzgesetz. Und das wollte ich euch einmal erzählen, damit ihr nächstes Mal bei Scrabble die Höchstpunktzahl erreichen könnt, indem ihr Plattformensteuertransparenzgesetz habt. Nein. Warum ist das wichtig? Weil Plattformen, über die ihr Umsätze macht, zum Beispiel Dienstleistungen, diese Umsätze an das Finanzamt melden. Und zwar seit 2023. Und zwar gibt es da zwei Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Mindestens 30 Transaktionen oder mindestens 2.000 Euro Umsatz über die Plattform. Das hat sich so in den Medien in den letzten Wochen wahnsinnig die Runde gemacht. Für Ebay, Ebay-Kleinanzeigen, Vinted, so diese ganzen klassischen, wo man Dinge privat verkauft, die die Umsätze ans Finanzamt melden. Das gilt natürlich auch für eine ganze Reihe der Plattformen, über die wir gesprochen haben. Das heißt, diese Umsätze werden an das Finanzamt gemeldet. Deswegen kann ich euch dringend davon abraten, das unter den Tisch fallen zu lassen. Kann ich euch sowieso nur von abraten. Aber hier abschließend die Informationen. Diese Plattformen melden das auch ans Finanzamt. Das heißt, macht es nicht. Und damit bin ich auch in fast doppelter Zeit als geplant durch die Folien durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht. Erstens, weil ich die Branche mag. Zweitens, weil es inhaltlich durchaus anspruchsvoll ist. Und drittens, weil das auch so ein Ding ist, wo es noch, ich würde mal sagen, es noch was zu erkunden gibt. Das ist nicht so langweilig, dass es seit 80 Jahren von irgendwelchen Gerichtsurteilen schon 500.000 Mal bestätigt worden ist. Sondern ein bisschen spaßig und unterhaltsam ist. Ja, prima. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich bei euch. Ich wünsche euch einen grandiosen Abend. Abonniert gerne den Kanal. Wir geben uns nicht nur bei den Lives Mühe, sondern auch bei den anderen laufenden Videos. Deswegen abonniert gerne. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.